Liebe Berlinerinnen und Berliner, der sechste Tag der Städtebauförderung in Berlin fällt in ein Jubiläumsjahr. Seit mittlerweile 50 Jahren unterstützen der Bund und das Land Berlin die Bezirke bei der Erneuerung der Kieze. Deswegen steht der Tag am 8. Mai unter dem Motto 50 Jahre gemeinsam Berlin gestalten. Pandemiebedingt muss der Tag der Städtebauförderung in diesem Jahr andere Wege der Vermittlung und Information gehen. Treffen der Nachbarschaften sind leider nicht möglich. Stattdessen bieten die Teams des Quartiersmanagements Planerinnen und Planer sowie lokal engagierte Ihnen virtuelle Rundgänge im Netz, Videos, Podcasts, digitale Diskussionsrunden und Filme an. Darauf freue ich mich gemeinsam mit den vielen aktiv Beteiligten am Tag der Städtebauförderung schon jetzt.